Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir eine Weiterleitung von einer Domain auf die andere vornehmen können. Das kann diverse Gründe haben. Zum Beispiel, du hast mehrere Domains gekauft, die du alle auf eine Domain weiterleiten möchtest. Oder du hast eine neue Domain gekauft und möchtest die alte auf die neue weiterleiten. Das ist eigentlich sehr einfach, aber ich zeige euch jetzt einfach, wie das geht hier anhand von Strato. Und so ähnlich funktioniert das auch bei den anderen Domain-Anbietern. Falls du jetzt noch keine Domain gekauft hast oder noch neue Domains kaufen möchtest, den Link zu Strato findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Partner-Link, das heißt, wenn du darüber eine Domain kaufst und die auch bestellst, hilft das mir und meinem Kanal hier zu wachsen. Also vielen Dank für den Support an der Stelle. Also lass uns direkt loslegen und hier reinschauen im PC, wie das funktioniert. Wenn du die Domain gekauft hast, landest du dann hier zum Beispiel bei Strato auf dieser Seite, wo du so die Übersicht über deine einzelnen Produkte hast. Ich habe zum Beispiel für die Tutorials hier die Domain juliansdomain.de gekauft. Sehr einfallsreich. Und jetzt kann ich hier auf Domain verwalten klicken. Genau, dann sehe ich hier, dass das SSL-Zertifikat ist aktiv, also die Domain funktioniert wunderbar. Und ich kann jetzt hier eine Umleitung einrichten. Das heißt, diese Domain, wenn jemand die aufruft, also www.juliansdomain.de, leitet dann automatisch direkt weiter. Ich würde das jetzt beispielhaft einfach auf meine richtige Domain mal weiterleiten. Die ist hier www.julianweber.digital von meiner Homepage und kann das einfach mal hier einrichten und euch zeigen, dass das funktioniert. Genau. Jetzt hast du hier die Option, eine permanente Weiterleitung oder eine temporäre Weiterleitung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Shop umstelle und ich möchte nur temporär alle Shop-Besucher auf irgendwie eine andere Domain umleiten, dann kann ich das temporär machen. Permanent ist ein Zeichen für Google, dass sich da nichts mehr ändert, dass das so bleibt. Das macht man für den eingangs beschriebenen Fall, wenn du jetzt eine alte Domain hast mit einzelnen Verzeichnissen. Die soll dann weiterhin auf die neue Domain verlinken. Das macht man damit, der sogenannte Link Juice, so heißt das tatsächlich, dass man den ja weiterhin behält. Also du kannst dir vorstellen, deine alte Domain rankt ja schon bei Google, weil du die vielleicht schon zehn Jahre hast, für gewisse Suchbegriffe. Und dass das halt so bleiben soll, dafür musst du halt Google zeigen, wo ist denn jetzt das neue Verzeichnis. Und dafür sagst du dann, hey, das ist hier eine 301, also eine permanente Weiterleitung und ich habe eine neue Domain. Also bitte alle Backlinks und alle Links, die vorher auf diese Domain gezeigt haben und alle Keyworter, für die diese Domain angezeigt wurde, bitte auf diese neue Domain weiterleiten. Genau, deswegen macht man das hier jetzt im Fall von der Homepage. Aber wenn du mehrere Seiten hast, die ranken sollen oder gerankt haben bei Google, musst du das eben für alle einzelnen Seiten machen. Ich wähle das jetzt mal hier aus und ich verlinke dir unten, wie gesagt, noch hier diesen Artikel. Der ist relativ gut. Da wird das beschrieben, warum es so Redirects, also so Weiterleitungen gibt und wie man das macht, wenn man jetzt eben so eine ganze Webseite mit der Homepage, also .de und dann die ganzen einzelnen weiteren Seiten und Links dann umzieht. Das ist eine ganz gute Beschreibung, wie man da vorgeht. Genau, ich würde das jetzt aber beispielhaft einfach nur mal so machen, dass eben meine neue Domain auf meine existierende Homepage weiterleitet. Jetzt habe ich das hier so eingegeben und jetzt ist eben, wenn ich diese Seite aufrufe, sollte direkt meine Homepage aufgerufen werden. Zack, seht ihr, hat wunderbar funktioniert. Diese juliansdomain.de leitet jetzt einfach auf julianweber.digital weiter. So richtest du eine Weiterleitung ein. Ganz wichtig an der Stelle, eine Weiterleitung ist wirklich relativ stumpf. Die leitet einfach nur durch. Wenn du jetzt aber eine Domain mit deinem Content-Management-System verbinden möchtest, also zum Beispiel mit Shopify, mit Wix, mit Jimdo, dann musst du eine Verbindung aufbauen. Das macht man über einen sogenannten DNS-Eintrag. Dazu mache ich nochmal ein zweites Video, das verlinke ich dir jetzt hier auch hier oben. Das ist ein bisschen aufwendiger, also keine Sorge, ein bisschen technischer, aber funktioniert eigentlich auch relativ schnell. Also aber eine konkrete Weiterleitung, angenommen, du hast jetzt einfach erstmal fünf Domains gekauft und willst, dass die alle auf eine Domain zeigen, dann kannst du das damit machen, dass eben Google weiß, ah, das ist eine permanente Verbindung, das ist die neue Domain von demjenigen. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Gerne Daumen hoch da lassen. Ich verlinke dir alles unten und wenn du noch keine Domain hast, würde es mich freuen, wenn du über den Link dann bei Strato die Domain kaufst. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.